Nix anfassen, aber ihr seid nur blöde Cowboys. Während die gesamte Menschheit wie gebannt auf die NASA-Mission blickt, die gerade in den unendlichen Weiten des Alls stattfindet, nähern wir uns dem entscheidenden Moment, in dem Freedom und Independence ihren Einschuss in die Mondumlaufbahn durchführen. Morgen, Jungs. Zeit zum Aufstehen, finde ich. Ihr habt doch einen großen Tag. 18 Sekunden bis Funkstille. Booster-Sequenz bestätigt. Ihr Jusen, habe verstanden, Freedom. Shuttles bereit zum Einschuss in Mondumlaufbahn. Funkkontakt abgerissen. Wir sind draußen. 9,5 G für über 11 Minuten. Fangen Sie schon mal an zu beten. Das ist jetzt die Nummer, wo wir uns gut festhalten sollen und hoffen zu überleben. Wartet auf Lunares Rollmanöver. Hohe Inklination, lunare Umlaufbahn. Ich hoffe, Jungs, ihr habt all euer Testament gemacht. Okay, Männer, dafür sind wir trainiert worden. Jetzt kneif den Arsch zusammen! Auf den Punkt 5, 4, 3, 2, 1. Muss das denn unbedingt sein? Keine Panik! Das ist normal! Woher weißt du das? 14.000 Meilen vor Stunde! 4 G! Wie war der Autos? 6 G! 15.000! Mann, fühl ich mich schwer! Das ist nicht normal! Was meinst du denn damit? Das ist ziemlich pervers! Oh! 8 G! Halte durch! Ich übernehme das nicht! Und das tut dir so weh! 12 Minuten, wir haben immer noch keinen Funkkontakt. Das ist so schnell! 10 G! Wir haben das Maximum erreicht! 22.500!